Musik Unlimited Winterglück heißt unsere Serie aus dem Skilift Karussell Winterberg. Das ist das größte zusammenhängende Skigebiet in Deutschland. Tatsächlich haben dort auch schon die ersten beiden Abfahrten geöffnet. Es liegt zwar nur auf 800 Höhenmeter, aber es hat schon so viel geschneit, dass man dort schon Skifahren gehen kann. In unserer Serie Unlimited Winterglück stellen wir euch alle Pisten einzeln vor. Das heißt, ihr könnt euch optimal aufs Skifahren vorbereiten, euch die entsprechenden Abfahrten anschauen und somit die Vorfreude zum Skifahren noch viel mehr steigern. Die erste Abfahrt, der Raue Busch, ist schon online. Die zweite Abfahrt, der Poppenberg, wird noch online gehen. Das sind die beiden Abfahrten, die momentan schon offen sind. Aber es wird in den nächsten Tagen noch sicherlich sehr kalt. Das heißt, es kann mehr technischer Schnee produziert werden. Es wird auch noch mehr schneien. Und dann wird noch mehr vom Skigebiet offen sein und man kann noch mehr Skifahren. Und ich denke, ihr könnt euch optimal aufs Skifahren vorbereiten, euch virtuell ein paar Videos ansehen und dann auch selbst auf die Piste starten. Die zweite Abfahrt Die zweite Abfahrt